Der Sturm, der dein Schiff erholt, ist das Gnädigste, was wir für sie tun können, ist sie zur Ruhe zu bringen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir hier sind. Aber es wäre besser, wenn du das willst. Ich muss hier bleiben, weil andere, die in den Faktoren kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.